So, jetzt ein kleines Video nur zur Hülle von Amazon. Und zwar für das Fire HD Tablet, das wunderschöne Cover. Ich habe es mir hier in blau geholt, weil es wirklich in meinen Augen sehr, sehr wertig ausschaut. Und was kann dieses Cover? Naja, erstmal, es schützt das Display vorne und auch die Rückseite. Kleine ganzen Aussparungen für Kamera, Mikro und Tasten sind vorhanden. Wenn man dieses Cover öffnet. Kann man sich das Drücken des Homebuttons sparen, beziehungsweise des Anknopfes, weil das Tablet, wie von Geisterhand angeht, sieht auch wieder aus. Und last but not least, man kann dieses Tablet durch diese Hülle einfach hinstellen. Man klappt es dann wie so ein Dreieck raus und schwuppdiwupp steht es hochkant. Und das gleiche kann man auch natürlich im Querformat machen. Dann wird das hier hinten rausgekloppt. Mit Magneten wird die andere Seite festgehalten und schon steht das gute Ding da. Und man kann konsumieren, konsumieren, konsumieren. So viel man will. Genau, das war mein kleiner Einblick zur wunderschönen Hülle fürs Amazon Fire Tablet. Gibt es in jeder Größe, in unterschiedlichen Farben. Für knappe 30 Euro könnt ihr es euer eigen nennen. Klar ist es im Vergleich zum Tablet relativ viel. Aber ich finde, die Hülle wertet das Tablet im Handgefühl wirklich auf. Und auch das Schützen und dieses Hinstellen. Gute Ergänzung, würde ich mal sagen. Und bei Amazon habe ich mir meinen Vorteil ausprobieren. Bei Nichtgefallen zurück. Und ja, ich behalte sie. Danke fürs Zusehen. Ciao.